Hallo und Willkommen auf meinem Kanal Marcel Duffes Heute bin ich wieder mit der Flamme aus Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und haben uns durch die ganzen Höhlen gekämpft Zumindest einen Teil einmal und können gerne mit Flamme abchecken in der letzten Folge Jetzt stehen wir hier irgendwo mit einer roten Zeichnung Ich weiß aber was das rote Zeichen ist Naja, ruhig Ich hab' Platz nicht Der Herr im Sohn, oder? Nein, auch kein Land Ich glaub' klar was wir machen Äh Aber äh, hallo? Hallo, hallo? Hallo, sieh mir! Ähm Ich hab' ich jetzt hier herunter müssen Äh Such den Weg Äh Sagst du was, ich mach' du Äh, hallo? Nein Äh Sagst du was? Sagst du was? Äh 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 Sind wir dumm? Äh Schau mal Äh 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 Da muss doch der Alarm gehen Hä, wie? Ich bin grad' überlegen Äh ich habe das gefühl es ist das ich habe das ich habe Äh, hallo? Äh, mein Name. Was ist denn da? Nein, da kann ich auch nicht durch. Hä? Äh... Äh, Holz? Äh... Ach so, okay. Ich dachte kurz, dass der wieder steht auf einmal. Oh nein, der liegt nicht nur so blöd. Das ist eine blöde Frage. Ja? Kann es sein, dass wir da runter müssen durchs Wasser? Aber ich weiß nicht. Ja, das kann durchaus sein. Wir haben einen Fausen. Äh, komm oder? Hi. Ich weiß es auch nicht mehr, ganz ehrlich. Kann ich mal nur vorstellen, weil das so weit hier runter geht, verstehst? Lass mich mal probieren. Ja, hier geht es lang. Passt. Mona Joe! Was? Ich glaube, wir sind ja nie durchgeschwommen, glaube ich. Doch. Echt? ja ich kann mich noch nicht gerade so ist ja auch bisher wo wir das letzte ja man sie mal durchgeschoben ich weiß sogar noch ein instrument der kunst ich kann mich an so viel sachen naja was machen wir jetzt ... ... ... ... ... ... ... ... ne da geht es nicht weiter ja ach unnötig äh du ja keine Ahnung äh Alter bin ich gerade schrocken warum hä ich dachte dass der eine Typ da noch liebt ja wir müssen aber hey wir müssen da lange äh 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 okay okay gehen wir mal lieber ich überlege ich hab schon gedacht dass der aus dem stein liegt aus dem Wasser direkt ja ich hab schon gedacht dass der hier lebt aber der steht da nicht nur sehr blöd wirklich äh 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 ja 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 jetzt wo geht mein wo geht mein wo geht mein Wo ist der? Komm mit, mein Kamerad. Wir töten alle in den Schlacht. Wo sind wir? Wir sind im Zelt. Ah, Sauerstofflasche ist nicht direkt. Danke. Er hat doch gesagt, ich weiß, was du deinem gut vertraut. Nach 300 Jahren. Haha, witzig bist du. Haben wir auch formuliert? Ja, natürlich. Echt? Echt? Also, ob du dich da rein hast. Äh. Da hat funken. Äh, hallo? Ja, 0 drin. Ah, jetzt. Uh, Cut. Ich speichere mal das Spiel, ne? Man weiß ja nicht. Ah, das ist ein Bogen. Besser. Mach ruhig. Oh, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer ist. Hallo? Du hast das Kopf hinten. Ich weiß, war ich hier auch noch eine Bibel. Wischst du mit deiner Bibel auf der Roll? Irgendwo glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Äh, okay. Äh. Äh. Ich hab zwar mehr Ahnung wie von de Forest, aber nicht so viel wie andere Leute. Haben wir von einem oder? Äh. Ich hab nix zu essen dabei. Äh. Ich weiß, wo wir langen müssen. Oh. Ich hätt ja noch einen Arm dabei gehabt, aber der ist verdorben. Ja, komm. Zeig, ja. Ich will erst mal den Arm machen. Auch wenn sie... Fein, aber... Dann mach deinen schönen Arm. Ne, ich glaub ich was gar nicht wusste. Ich, wir schauen gleich. Ich hol mal weiter meinen Mahlpolen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist lustig. Äh. Wie sie gerade in der Höhle, wo tausend Gegner sind. Wie die sind die einzigste Überlebende. Und ich rede über Seefahrt. Also auf den Steinfrock auf mich zu werfen. Poleo. Warte mal von dort. Von wo kamen wir von dahinten? Ja. Au. 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 Nein. Ich heißt Blamherz. Irgendwo muss ich mich ab. Kannst einfach mal weiter schwimmen müssen. Was? Kannst einfach mal weiter schwimmen müssen. Ich hab keine Ahnung. Nein. Das ist definitiv nicht. Oh. Dann zeige uns den Weg. Da geht's nicht lange. Ha. Huh. Hallo. Du bist selber nochmal kurz die Richtung. Huh. Und hier. das wäre gerade gar nicht mehr aus ich habe eine schlechte nachricht was weite schwimmen können wir definitiv nicht bist du hast du wieder ich war kurz unter wasser was denn ja ja dann weiß ich auch nicht wo sie haben wir haben ein Problem. Wir finden schon einen Weg. Anbeil dich! Irgendwo muss doch der Weg sein. Ich überleg grad. Ich sage es ungern, aber ich glaube, es geht nicht weiter. Niemals verlasse ich mich auf dich. Was? Nix, nix. Was? Nix. Lass mir das zu wissen. Niemals verlasse ich mich auf dich, habe ich spart. Wow. Wird schon klar. Äh. Ja. So. Wenn es im nächsten Teil Haie gibt, ist es sehr eh schon bewusst, da durchzuführen. Es gibt eh Haie im Game. Ja, aber ich meine auch in den Höhlen. Äh. Das ist nicht blöd. Nicht gut. Äh. Sehr nicht gut. Gar nicht gut. Äh. Wieso? Äh. Ich bin nochmal zurückgeschrommen. Ich komme hier auch. Äh. Äh. Oh. Äh. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab's. Ich hab's. Jetzt wirklich. Oder wie so. Mir so. Ja. Kein Bocker. Gehmlaune. Äh. Äh. Wie lang geht die auf, wenn wir schauen? Äh. 15 Minuten gleich. Erst du lass die Sachen liegen, die sind Schokoriegel und so. Was? Du hast die. Hinten die Schokoriegel gewesen in der Ecke, wo du dich laufen willst. Ja, das bräuchte. Ich bräuchte die Schokoriegel. Ja. Dann hol die dir. Rück. In dieser Ecke, oder? Du bist zu weit. Zu weit. Da, 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 da. Ich seh's. Boah. Boah. Boah, lecker. Lecker Schoko. Hm. Hallo. Oh. Nein, bitte. Ach, nicht. Äh. Gut. Gut. Hallo. Äh. Gut. Hallo. Äh, hallo. Ich hab ein Zelt gefunden, wo ich wieder speichern kann. Cool. Äh. 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 Ich hab ein Zelt gefunden, wo ich wieder speichern kann. Sprecher auch mal, äh. Ja. Äh. 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 Ich hab... Äh. Das war doch ne klug Entscheidung. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte das halt nur ein bisschen verarschen. Ah, der hat ja vorher von dem noch da erzählt, oder? Hallo! Hallo! Ach so, jetzt endlich! Ah, das ist ein Bild! Ah, das ist ein Bild! Ah, das ist ein Pistole-Teller. Ja, das ist ein Pistole-Teller. Äh, ohja. Äh, ja. Wartest du auch für ihn nicht zu laufen, danke? Wird's nicht? Ich war da. Ah, ja. Nur diese Witze, Junge. Nur diese realen Witze, Junge. Äh, ich sehe nicht irgendwas? Nein, nein, nein. Nur rein da. Ich liebe diese Taschenlampe. Das ist verbrauchter Batterien. Babys! Ich hab noch sieben Batterien. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ja, du bist so. Und sie wir beschützen? Ja! Hallo Freddy! Freddy! Freddy ist tot! Erste Freddy! Oh! Warum schreien die eigentlich immer so laut? Warum schreien die eigentlich immer so laut? Warum schreien die eigentlich immer so laut? Ich weiß nicht, das ist ja tot. Er ist tot. Weißt du? Weißt du? Wenn er angesteht, dass er tot ist, dann ist er immer wieder... Keine Ahnung, oder? Äh, guck mal, das Tor ist hier kaputt. Äh, warte mal. Die Gehrer könnte auch nicht entscheiden, ob sie tot oder nicht sind, weißt du? Ja. Ja. Ach, jetzt wird's geworden auch so laut. Äh, soo. Wurzschapel, was liegt? Oh, wichtig und richtig. Wir haben hier nichts. Äh, einfach kaputt, jetzt tu weiter. Äh, soo. Hm? Äh. Äh. Ja, hallo, ja. Ich geh jetzt schon mal hoch, ne? Ja, soo. Äh. Ich seh dich ja nicht. ich finde der mansion auch voll cool wenn man am side ist und runter geht du es leiden kannst du es cool wir müssen hier rüberspringen wir können den einfachen weg gehen um zu sterben die einfach mit den haken so okay ja versteh welchen ja doch bitte weg kurz ich muss was sagen no wrist no fun wow er macht mal etwas was du nicht kannst ich sehe gerade den augen von innen aber ja ich sehe gerade den augen von innen aber ja ja die scheiße kannst du gefallen tun könntest du mir vielleicht das teil und für euch zu das geht danke ja was willst du wenn ich dann rüber geht dann könntest du mich oder was wir wollen wir versuchen wir warte 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 geck geck ich probiere gerne zu spielen ey was machst du denn ich bin schon hab da irgendetwas liegt äh ja liegt linkedest du hab ich schon geschaut äääh komm her bitte warte also äh schau jemals die weiß hier an ja die schaue nicht im game aus also wie schön steinig grau ja schau mal alles so und wer wollt uns so oh das hier ist irgendwie was steht das halt ich mein ja das kann man was zum klettern diese wand hier ja ok ja ja lieber schau mal wenn ich den harten raushole dann kann ich da nicht klettern ok 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 nein ich wollte eigentlich nur schauen was ist deswegen wenn ich da zeigen was liegt vielleicht nicht nein oh du hast jetzt mal nicht geschafft oh ah oh bist ja auch schlecht jetzt sehe ich Alter ich sehe deine Zunge was siehst du deine Zunge äh ok äh nein nein und ich will dir nichts sagen die nächste Woche ist lieber Flammi oder? jo willst du noch was sagen oder? ist doch nächste Woche wohl tschüss 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 s